Ja, was ist das denn? Eine Badewanne. Eine coole Badewanne. Das ist eine Seifenablage, kann das sein? Ja, das ist ganz kurios. Und zwar ist es ein sogenanntes Burda Lou. Das nutzten die Damen der Gesellschaft mit komplizierten Gesellschaftskleidern zur Blasenentleerung. Da jeder mal nicht viel rein will, wenn man richtig winkeln muss, da kann sie doch so laufen lassen. Also ich nehme es als Zuckerdose.